Herr Krämer, können Sie mir zunächst von Ihrer allerersten Begegnung mit dem Universum Johann Sebastian Bach berichten? Schon eine schwierige Frage. Was ist eigentlich Bach? Muss man ihn angehen als ein Monument? Natürlich, wie alle Geiger, musste ich Bach bei allen Probespielen, zu allen internationalen Wettbewerben in meiner Jugend spielen. Es sind so viele Gelegenheiten gewesen, wo ich mich mit Bach auf der Bühne befand und auch im Studio. Zum ersten Mal nahm ich die drei Partiten auf im Jahr 75. Ich studierte damals noch in Moskau und dachte, damit ist es erledigt, weil ich es eigentlich nicht angestrebt habe, Werke mehrmals aufzunehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Es gibt so wichtige Werke, zu denen man immer zurückkommt, weil das die Quelle der Musik ist. Und so, glaube ich, reifte langsam an mir der Wunsch, auch nochmals zurück zu Bach zu kommen, weil ich kann es nicht logisch begründen. Ich versuche jetzt gar nicht, etwas Wichtiges zu sagen. Ich kann nur sagen, irgendwo entstand das Bedürfnis, diese Musik wieder zu spielen. Wenn Sie so lieb sind, mir noch aus meinem Geigenkasten das Telefonium zu bringen. Dankeschön. Und noch eine Sache. Noch eine Sache vergessen. Danke. 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 Musik Ich habe mir oft diese Frage gestellt im Vorfeld, ist das, was ich heutzutage mache, so anders, dass es sich lohnt, nochmals aufgenommen zu werden? Weil eigentlich habe ich ja das Kapitel Bach, die sechs Sonatenpartiten vor 20 Jahren absolviert und es war eine anständige Leistung, zu der ich wahrscheinlich auch noch zum Teil heute stehen würde. Ich höre mir meine Aufnahmen kaum an, aber im Vorfeld habe ich mir ein paar Sätze, so stichweise etwas angehört und muss sagen, ich war nicht enttäuscht. Aber wie das heute ist, ich nehme an, es ist anders. Ich empfinde das zu schnell, das ist für du, du bist zu hektisch. Vielleicht, und zwar ich weiß nicht, wie Sie den Raum empfinden, ob Sie den überhaupt wahrnehmen, aber um ein bisschen zu spielen mit den Effekten mit Vorfeldtiano, braucht man vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Das ist möglich. Wenn wir das? Damit würde ich wenigstens gut. Und nochmal. Haben wir noch was? Nein, nein. Nein, nein. Nein. Ich erinnere mich sehr gut an einen Zwischenfall, wo ich, wie alt war ich damals? Wahrscheinlich etwa 14, 13, vielleicht auch nur 12, wie ich eine Prüfung bestehen musste und zwei Sätze aus der Hamolpatita spielte. Und obwohl ich in meiner Schule, in der Emil-Dazin-Schule in Riga, in Lettland, mehr oder weniger zu den Begabungen zählte und ich musste eine Prüfung bestehen. Ich spielte die zwei Sätze und die Kommission, wie sagt man Kommission, die Jury, die Professoren oder die Pädagogen fanden, dass ich den Bachstil irgendwie in dem Bourree verfiele. Dass ich es irgendwie zu temperamentvoll oder zu frei oder irgendetwas, also kurz und gut, ich bekam eine Note tiefer, als ich es sonst bekommen würde. Musik Ich glaube, ich habe dasselbe auch mit David Oestrach erlebt, weil bevor ich ins Konservatorium kam, war Oestrach sehr skeptisch über meine Begabung. Weil das, was ich damals konnte oder ihm zeigte, war ihm auf eine gewisse Art Suspekt. Aber vielleicht hat er diesen Drang damals empfunden in mir oder gespürt und dann hat er ihn geführt. Und ziemlich bald wurde es uns beiden klar, dass ich überhaupt nicht alles auf den Kopf stellen wollte. Ich wusste nur nicht, wie man bestimmte Dinge macht. Musik Musik Ich habe gerade vor zwei Tagen einen Filmbericht über Isaac Stern gesehen und da kam auch in seinem Interview, wo er befragt wurde zur jungen Begabung, ein wundervoller Satz vor, ich versuche ihn jetzt zu wiederholen, obwohl die Wiederholung auch eine Interpretation ist. Aber er sagte, ihn interessieren die jungen Begabungen vor allem, aber nicht die, die kommen und sagen, schau, was ich alles kann, hier bin ich, sondern bei denen die Begabung, bei denen er spürt, auch wenn sie etwas tun, was ihm gar nicht gefällt oder was ihn befremdet, aber die Begabung, bei denen er spürt, dass sie eine Notwendigkeit einer Aussage spüren. Gideon Krämer ist ein Phänomen, als Musiker und als Mensch. Er wohnt in Moskau, aber nicht wie ein gefeierter Künstler. Er gastiert in der ganzen Welt, als sei er ein Star aus dem Westen. Krämer ist in jeder Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung, künstlerisch wie kulturpolitisch. Mit einem etwas gefährlichen Ausspruch nannte Karajan ihn den besten Geiger der Welt von heute. Jedenfalls gibt es keinen zweiten Geiger, der so viel charaktervolle Faszination ausübt wie Gideon Krämer. Auf seinen Reisen begleitet ihn seit kurzem seine junge Frau, eine Pianistin. Selten kann Krämer noch zu Hause in den engen Wänden seiner Moskauer Wohnung sein. Die ganze Welt ruft ihn. Seine Konzerte gelten als Sensationen. Krämer aber scheut alles Sensationelle. Er ist ein fanatischer Wahrheitssucher im Leben, im Denken, im Musikmachen. Wenn man Musik macht, ist es nicht nur, um zu zeigen, wie toll spiele ich, sondern es geht darum, auf etwas aufmerksam zu machen, was wichtiger ist als der Spielende und vielleicht sogar wichtiger als der Zuhörer. Musik Musik Wenn wir jetzt an solche Dinge wie Interpretation denken, so ist für mich auch ein Maßstab gewesen, immer, wie Glenguld sich mit Bach auseinandergesetzt hat. Nicht, weil ich ein, viele sind Bewunderer von Glenguld gewesen und ich gehörte sicher auch zu denen und ich hatte sogar das Glück, mit ihm mal eine Begegnung zu erleben. Aber ich denke jetzt an die Vielfältigkeit der Sicht zu Bach. Glenguld ist eine, aber auch Glenguld zeigt in einem seiner Musikfilme, wie ein Thema, einer Fuge oder eines Preludio, ich weiß es nicht mehr genau, wie das in ganz verschiedenen Tempis gespielt werden kann, aber immer noch, gespielt werden kann, aber immer noch den Sinn behält. Und so bin ich auch auf der Suche nach dem, was ist das bessere Tempo, was ist das richtigere Tempo. Gibt es da eine Antwort? Ich glaube nicht. Musik Musik Es gibt so viele Möglichkeiten, Bach zu sehen, Bach zu empfinden, Bach zu spielen und die Meine ist nur eine der Tausenden von Möglichkeiten. Musik 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 Es geht auch darum, eine Tempelrelation zu finden. Musik 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 Grund wird die Alemande meistens sehr langsam gespielt. Es gibt eine Auffassung, und vielleicht ist die auch richtig und meine Betrachtung total daneben, aber es gibt eine Auffassung, dass die Alemande in einem Achtelpuls gezählt, gehört, gespielt werden sollte. Das bringt aber uns in die Unmöglichkeit, das Dubbel in demselben Tempo zu spielen. Es gibt Musikwissenschaftler, die finden, Alemande müsste in Achtel empfunden werden und in diesem Fall, obwohl sie in einem Viertvierteltakt komponiert ist, und das Dubbel auch in einem Viertvierteltakt komponiert, aber müsste in Viertel empfunden werden. Musik 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 halber Takt, also eine halbe Note. Dann scheint die Welt in Ordnung zu sein. Aber was wir eben versucht haben, wenn man die Viertelnote in der Alemande nimmt und im selben Tempo das Double spielt, was eigentlich der Fall sein sollte, ohne zu beachten, dass das aller Brewe dort steht, dann klingt das Double sehr langsam. Man kann kaum sagen, dass es Sechzehntel sind. Es sind eher Achtelnoten. Aber es ist immer noch schöne Musik. Und insofern glaube ich, diese Musik hat seine Bedeutung in jedem Tempo. Was ist authentisch? Vor allem ist authentisch das Wahrempfundene. Natürlich kommt das Wissen dazu. Aber über Empfindungen denken im Grunde genommen viele Authentiker gar nicht. Und dann ist mir schon lieber jemand, der nicht authentisch, sagen wir mal, spielt nach den Regeln, aber trotzdem ein authentisches Gefühl vermittelt. Nichts, sondern wenn man hier nicht mehr macht. Das ist der Fall. 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 verspielt und ich konnte dort sogar keinen Ausweg finden, ich weiß gar nicht. Für mich zerfällt dieses Menuet im zweiten Teil ein bisschen, wenn die Tempi zu unterschiedlich sind, also innerhalb das, vor allem hier in dem Teil, würde ich, fürchte ich so ein bisschen für die Form, das finde ich sehr schön, also diesen Dialog, den Sie da machen zwischen dem, Leier, das ist ja eine Leier eigentlich, das ist sehr, sehr schön. Das ist ja eine Leier, das ist ja eine Leier, das ist ja eine Leier. Das ist ja eine Leier, 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 das ist ja eine Leier Musik Auch wenn man nur in das Manuskript schaut, man kann so viel entdecken. Es ist ja ein wunderschönes Bild auch noch, diese Handschrift. Man kann es nur endlos bewundern, wie viel Kraft und wie viel Glauben und wie viel Harmonie jemand in sich getragen hat, der so etwas zu Papier gebracht hat. Mischen sich die Töne nicht so sehr? Ja. Ich meine, es ist nicht ein Klangbrei einfach, nein? Also wir sollten nicht jetzt des Raumes wegen, also die... Ja, ich weiß es eben nicht, wo der Raum auf mich wirkt und wo ich vom Raum getragen werde. Ja, also ich meine, wo der Raum mich bremst und wo der Raum mir hilft. Ich bin noch nicht so weit, das zu verstehen. Musik Was ich rein akustisch nicht berücksichtigt habe und woran ich nicht gedacht habe, dass erstens, das wissen wir alle, dass ein voller Raum, wie es meistens ist, mit Publikum eine andere Akustik hat. Und das andere Problem ist, dass im Sommer, wenn die Festspiele laufen, hier eine Bühne gebaut ist und sogar hier Sitze gebaut sind für das Publikum, das ist alles Holz. Auch wenn das einfache Wetter sind, aber die dämpfen diesen Stein und es entsteht nicht der Eindruck dieser Überakustik, der jetzt hier ist, weil der Raum leer ist. Es war ein Wunsch, Bach aufzunehmen. Dann wurde dieser Wunsch erweitert in den Gedanken, wo man das machen kann. Und ich habe beschlossen, ich beginne damit in Lockenhaus, in einem Ort, wo ich mich eigentlich wohlfühle, wo es den Pfarrer Josef gibt, wo ich mich auch auf eine Art in meinem, sagen wir mal, Zigeunerleben zu Hause fühle. Wo so viel schöne Musik in den 20 Jahren des Kammermusikfestes Lockenhaus in dieser Kirche entstanden ist, dass man in die Kirche schon kam und die Atmosphäre dieser Kirche vermittelt einem so viel, also sie baut einen auf. Und ich habe das, was ich mich auch nicht so viel, also sie baut einen auf. Ich habe damals gerade die Sowjetunion verlassen. Ich wollte Musik machen, ich wollte um mich herum Leute haben, die mir lieb sind. Und der Pfarrer Josef war einer der Ersten. Er hat es auch ermöglicht, dass ich hier noch ein Konzert gespielt habe vor einem Auftritt in Wien. Ich war so begeistert von dem Ort, von dem Empfang. Wir kamen so langsam ins Gespräch, aber wir sprachen nicht von irgendwelchen Festspielen. Wir wurden Freunde und dann erinnere ich mich an den Sommer, wo ich ihm einfach eine Postkarte schickte aus Finnland, wo ich gerade auch von Festspielen beeindruckt war, die auch fern entlegen der Großstadt stattfanden. Und ich schrieb ihm, wir sollten ja auch Festspiele machen. Und ich schrieb ihm, wir sollten ja auch Festspiele machen. Ich wusste von vornherein, ich kann hierher nur gute Leute lernen. Und dann kam bald, am Beginn dieser Lockenhauser-Konzerte, ich gehe dann Krämer nach Lockenhaus. Ich war damals auf dem Weg nach Wien für ein Konzert mit Grindenko, mit zwei Geigen ein Konzert also. Und wollte das Konzert irgendwo vorher ausprobieren, da dachte ich, irgendwo im Pressbuch, also hinterm Vorhang. Und da war eine Dame in Wien, die mich kannte und die wusste meine Absichten. Und die hat dann gesagt, ich weiß, wo wir hingehen, wir gehen nach Lockenhaus. Das ist der Grund, von in Wien, die Wirtschale Koffer schlafen. Was hinterfожу. Das ist der Grund, von auf Kido. In Wien. Ja, ich versuche es. Ja, ja. Legen wir es ein? Gut, da legen wir es. Ein bisschen groß sein. Da kann man jetzt viel größer sein. Es ist nicht klein, glaube ich. Nein, nein. Jetzt mal schauen, was es ausschaut. Schon kommt, ja. Fehlt was? Ja, es fehlt was. Was ist die? Mhm. Nein, das ist schlechter. In die andere Richtung. Schicht. Hier, der Schicht. Du wart. Ihr müsst euch den Schicht jetzt mal kopieren. Komm. Ich war eigentlich zuallererst hinter Rostopolitscher. Denn der spielte im Konzerthaus damals alle sechs Bach-Suiten. Und das war für mich eine Offenbarung. Und dann dachte ich mir, den will ich runterlocken. Ich dachte in die Kirche damals zuerst, ja. Und die gleiche Dame, die den Herrn Rostopolitscher, die damals die russischen Künstler betreute, vor allem mit der Plattenindustrie, die hat mir eben gesagt, wenn Rostopolitscher raus durfte, versuchte ich den Konzert, dann war er gesperrt jahrelang wieder. Und dann kam eben ein Krämer und sagte, da ist der Krämer. Eben, vielleicht versucht man den. Und so, ja eigentlich über diese, Frau Kormuth heißt die Dame, kam ich dann eben zum Krämerkonzert. Und dann haben wir gefragt. Und so kam es eben dann zur ersten Begegnung. Schon vor dem ersten Konzert in Wien. Und eben dann in Lockenhaus beim ersten Konzert am 2. April 1976. Ich hab das mit 6. April 1970. Ich hab das mit 7. April 1970. Das war's. Ich habe wirklich in diesen Tagen ein sehr erfülltes Leben geführt, indem ich versucht habe, zu Bach zu sprechen. Diesen Sommer, in der Phase der Vorbereitung zu diesem Projekt, wo ich sehr viel üben musste, trotz meiner Tournee, trotz der Arbeit mit der Camerata, habe ich mich sehr oft alleine im Hotelzimmer gefunden und musste die Feststellung machen, dass Bach wahrscheinlich das beste Mittel gegen Einsamkeit ist. Wenn man Bach spielt, ist man nie allein. Man ist immer in einem Gespräch, man ist immer in einem Versuch, Dinge zu verstehen, zu fühlen. Man wird von diesen Zeilen, von diesen Tönen bereichert. Musik Musik Ich habe mir doch davon erzählt, dass ich diesen Film gemacht habe, diesen Geigenspieler, der spielt, das ist ein Film, der sich total in der U-Bahn abspielt, von einem Geiger, der in der U-Bahn Bach spielt. Es gibt einen französischen Spielfilm, wo ich nicht als Schauspieler auftrete, sondern als Musiker, also ich liefere die ganze Musik zu den Filmen und die gesamte Bach-Jakon. Musik 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 Das war's. Es ist schwer, sich mit einer anderen Lebensgeschichte auseinanderzusetzen, wo es doch um einen Geiger geht, der kein Konzertgeiger geworden ist oder dem es nicht gelungen ist, all die Hürden zu überwinden, die ich selber im Leben überwinden musste, um meinen Weg in der Musik fortzusetzen. Es ist nur eines dabei wahrscheinlich gemeinsam, dass ich es auch als notwendig und möglich empfinde, zu träumen, genauso wie der Held dieses Filmes. 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 Es ist keine Flucht, wenn man beginnt Bach zu spielen. Es ist eine Gegenüberstellung vielleicht, weil heutzutage, wenn man denkt, ging mir auch durch den Kopf dieser Tage, wenn man denkt, es ist so viel Schlimmes in der Welt. Die Welt ist am Rande eines Zusammenbruchs. Die Reichen wollen mit den Armen kämpfen. Die einen verstehen nicht die anderen und wollen gar nicht die anderen verstehen. Es wird überhaupt nicht angestrebt, es wird nur angestrebt, wer ist stärker, wer kann dem anderen beweisen, dass sein Glauben der richtige Glauben ist. Sieht es eigentlich eher danach aus, dass es eine Flucht ist, wenn man mit Bach nach Lockenhaus geht, dass es eine Flucht ist. Aber es ist keine Flucht. Es ist vielleicht ein Weg, es ist ein Weg, der Weg zu Bach ist ein Versuch, die Werte zu entdecken, die für immer da sind, für jeden da sind. Musik Musik 20 Jahre Leben, 20 Jahre Enttäuschung. 20 Jahre Erfahrung, Freude, Begegnung, Gedanken können nicht einfach verschwinden. Sie kommen in der Musik wieder und wahrscheinlich hat sich auch mein Bachverständnis oder mein Bachkönnen etwas geändert. Aber nicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich doch nicht dermaßen, dass man sagen könnte, es spielt ein ganz anderer Mensch. Ich bin doch der Gideon, derselbe Gideon geblieben, derselbe Gideon Krämer, obwohl mit einer anderen Geige in einer anderen Kirche, aber mit derselben Musik. Musik Musik Wie ich schon im Westen war, bekam ich das Angebot von der Firma Philips, alle Bach-Sonaten aufzunehmen, also die Sonaten und die Partiten, und ich folgte diesem Angebot. Ich habe mir damals zum ersten Mal ein wirklich tolles Instrument leisten können, das war meine erste Stradivari. Ich spielte sie nur einige Monate und die Aufnahme der gesamten Sonaten und Partiten aus dem Jahre 79, 80, die ich in drei Etappen aufgenommen habe, war die erste Aufnahme mit dieser Stradivari. Die Stradivari 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 So, zuerst willkommen geht er. So, zuerst willkommen geht er. So, zuerst willkommen geht er. Ich habe gerade meinen Wohnsatz in den Westen verlegt. Ich wurde mehr oder weniger dazu gezwungen, weil man nicht akzeptiert hat, dass ich mich frei bewegen wollte in der Welt. Weil es vorgeschrieben war, angenommen war, dass ein sowjetischer Künstler nur in der Sowjetunion zu leben hat. Und ich habe sozusagen den Staat herausgefordert und habe mich gerade im Westen gefunden, als mich einige Monate danach eine Partitur von Sophia reichte, mit der Aufschrift Offertorium, mit dem Titel Offertorium. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Frage gestellt habe, hatte ich schon einige Erfahrungen mit ihrer Musik und war einfach neugierig, was diese Person, die so viel Ausstrahlung hat, für violine kompagnieren könnte. Musik 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 Es ist sehr wichtig, dass es so ein художник, der all seine Kraft, 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 all seine Kraft. Und für mich diese Gespräche mit Giedon war sehr wichtig. Und dann habe ich angefangen, wie in einem konkreten Szenen die Idee der Schmerz. Nicht nur, dass das musikalische Opfer von Bach für jeden Musiker viel bedeutet, aber der Begriff Operatorium lag so etwas auch in der Luft, als ob sie sich – das ist jetzt nahezu anekdotenhaft – als ob sie sich selber etwas aufopfern wollte, mir zu gunsten, weil ich damals eine Person nur im Grater war. Operatorium, Opfer, eine musikalische Gabe, ein musikalisches Geschenk war es auf jeden Fall. Das ist sehr gut hörbar, aber das ist ein bisschen lauter, wenn möglich. Das, 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 immer. Ja, 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 gut. Aber nicht mehr Piano. Nein, nur Piano. Ja, gut. Nein, Piano. Ja. Sie schriftet so viel für ihn. Man kann sich zeigen, dass seine Personalauswärts wirklich da ist. Und das Fakt, dass er immer nachher searcht und dass er nicht so fach ist, dass er nicht so fach ist, wie schön ist. Er ist nicht so fach ist, dass er auch so fach ist. Und es hat ihn da sehr viel, auch in der Weise, dass er oft sehr geltend oppose alles, wenn Sie wissen, was ich meine. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sollten auch tatsächlich nicht vergessen, dass die Wurzeln dessen, was Bach konnte, ihm glauben waren. Und wahrscheinlich all das, was er zustande gebracht hat, und nicht nur Instrumentalwerke, sondern auch die großen Werke, die Passionen, nicht nur die Orgelwerke, sondern auch Werke für Seiteninstrumente, nennen wir es so. Alle von Glauben getragen worden sind. Ich denke, dass es nicht so glücklich ist, dass es so große Wurzeln zu Backe ist. Musik 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 Ein Künstler, um sich seinem Beruf zu widmen, ist ja im Grunde genommen gezwungen, vieles zu opfern. Musik Das habe ich in meinem Leben sehr oft gespürt. Es ist nicht nur das Aufopfern vieler privater Angelegenheiten, es ist auch das Aufopfern einer bestimmten Lebenszeit für die Auseinandersetzung mit seinem Beruf. Es macht aber natürlich auch was aus, wenn man den Beruf als Berufung empfindet und nicht nur als bequeme Beschäftigung. Musik 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 vidéo Musik 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 Herr Kräger, können Sie mir zunächst von Ihrer allerersten Begegnung mit dem Universum Johann Sebastian Bach berichten? Schon eine schwierige Frage. Musik